Im heutigen Genshin Impact Video möchte ich kurz darüber sprechen, wie ihr die Errungenschaft, die Samen der Geschichte vom Wind hergetragen, euch holen könnt. Denn das ist eine relativ wichtige Errungenschaft, weil es euch auch einige coole Sachen gibt. Es geht um diese Insel hier, die ich schon markiert habe, denn dort gibt es einen Anemokulus, dort gibt es eine luxuriöse Truhe und auch noch eine ziemlich coole Quest. Die Quest und den Anemokulus habt mich mir schon geholt, aber ich zeige euch zwei Wege, wie ihr dorthin kommen könnt und das sogar ohne irgendwelche extra Charaktere oder viel zu viel Ausdauer. Moin Moin Leute, mein Name ist Ree Faser und wie eben gesagt, heute gehen wir auf die unbenannte Insel. Also ich habe dafür extra so ein Free-Play-Team gerade einfach zusammengestellt, sind alle sogar nicht hier wirklich hoch im Level, aber es gibt zwei Wege, wie ihr dorthin kommen könnt. Ihr benötigt auf jeden Fall Juyola, da sage ich schon, also euren Main-Charakter, am besten mit Wind und Keia und Ember, die solltet ihr im Team haben, falls ihr andere bessere Charaktere habt, geht es auch. Es geht darum, dass ihr einen Kryo-Charakter habt, einen Charakter, der euch ein Talent fürs Fliegen gibt und wenn ihr schon viel Ausdauer habt, gibt es einen Weg und wenn ihr noch nicht so viel Ausdauer habt, dann gibt es einen zweiten Weg. Wir fangen erst einmal mit dem Weg ohne viel Ausdauer. Teleportiert euch erst einmal nach Sternfalltal, das ist hier oben rechts in Mondstadt und dort seid ihr direkt am Wasser. Dieser Weg ist der, der am längsten dauert, aber das ist der, den jeder machen kann. Wir sehen da hinten die Insel schon und auch wenn sie wirklich nah dran aussieht, ist sie das gar nicht, sondern sie ist ziemlich am Arsch der Welt. Bedeutet, rüberschwimmen ist nicht, es sei denn, ihr hättet einen Charakter, aber selbst mit einem Charakter, der euch das Schwimmen 20% besser macht, geht das nicht. Was aber geht, ist folgendes, ihr holt einfach Keia, wechselt dann zu Wind, wechselt dann wieder zu ihm und ihr baut euch einfach einen netten, aber feinen Weg dorthin. Ich guck mal, so, also ihr müsst es gedrückt halten, die Verwirbelung, dann wird das Eis immer weiter gemacht, dann wechselt ihr wieder zu ihm. Jetzt habe ich meine Ulti sogar ready, das ist ganz cool, wenn ihr es habt, glaube ich. Nein, das bringt hier gar nichts, schade, das geht bei Chichi oder bei Kiki, geht das ja ganz gut. Gut, aber so könnt ihr die ganze Zeit einfach euch eine Brücke, eine Eisbrücke dorthin bauen und ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller nach vorne machen, damit ihr nicht die ganze Zeit einfach seht, wie ich das mache und jetzt habe ich halt meine Verwirbelung nicht gedrückt gehalten, also gedrückt halten muss auch schon sein oder einfach nur die ganze Zeit mit Keia das machen. Ihr habt genug Cooldown-Zeit, dass es hinter euch nicht komplett verschwindet und ihr ins Wasser fällt, aber ich kann euch nur empfehlen, dann die ganze Zeit ein bisschen mit Verwirbelung, dann seid ihr ein bisschen schneller. Also fast verordnen wir das Ganze mal. So, und dann sind wir endlich auf der Insel angekommen. Das dauert halt ein kleines Weilchen, wenn ihr es eben nicht anders machen könnt, aber... Oh, ich hatte sie komplett falsch markiert, merke ich gerade, markieren wir sie nochmal neu. Ich markiere mir nämlich aktuell alle luxuriösen Truhen, aber bevor wir uns die Insel angucken und kurz darüber sprechen, was es hier zu geben oder zu holen gibt, denn es ist einiges sehr cooles, holen wir uns erst einmal den, oder schauen wir uns erst einmal den zweiten Weg an. Dafür solltet ihr euch hier zur Sterngreifklippe bewegen. Ich teleportiere mich einfach mal direkt zum Mittsommerhof. So, ich habe mich jetzt zum Mittsommerhof teleportiert. Ich hatte ein kleines Problem mit der Aufnahme, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wo das Ganze abgebrochen ist, aber nochmal von vorne. Also, für diesen zweiten Weg solltet ihr definitiv eure Ausdauer schon ausgebaut haben, so weit wie es möglich ist, denn ihr braucht viel davon. Dann braucht ihr auf jeden Fall Amber mit im Team und wenn ihr habt, auch noch Ausdauer-Essen. Es gibt Essen, was euch zum Beispiel weniger Gleit-Ausdauer verbrauchen lässt. Aktuell habe ich dieses Free-to-Play-Team und damit schaffe ich es. Ich würde euch aber definitiv empfehlen, wenn ihr Venti habt, packt ihn mit ins Team und Amber. Also, weil dann, ich glaube, das stackt nämlich, dass ihr dann 40% weniger Ausdauer verbraucht. Und wenn ihr vielleicht noch einen Anemo-Charakter habt, könnte es vielleicht auch sogar Sinn machen, wobei mit Venti hättet ihr schon zwei Anemo-Charaktere drinne. Und wir schauen aber mal nochmal ganz kurz, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wir gehen mal zur Truppe und elementaren Einklang, denn ich meine, dass zwei Anemo-Charaktere auch die Ausdauer beim Gleiten verringern. Wo ist es denn? Aufrichtiges Feuer, heilenes Wasser, ungestammter Verringer. Die Ausdauerverbrauch um 15% und erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit um 10%. Bedeutet, wenn ihr zwei Anemo-Charaktere habt, definitiv beide ins Team. Wenn ihr nicht zwei Anemo-Charaktere habt, dann braucht ihr so viel Ausdauer wie möglich. Und Amber ist ein absolutes Must-Have. Denn dann geht ihr hier hoch und dann gleiten wir komplett rüber zu der anderen Insel. Und ich hatte das schon gesagt, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wo ich in der Aufnahme das genau gesagt hatte. Dadurch kriegt ihr sogar noch eine weitere Errungenschaft und das ist, glaube ich, 80 Sekunden lang Gleiten. Was auch nochmal 5 Urgestein gibt, was immer ganz nett ist. So, grundsätzlich auch, wenn ihr zu der Insel rüber wollt, es gibt ja ein paar Quests dort oder beziehungsweise eine große Quest, die ihr dort machen könnt. Und ich kann euch nur empfehlen, ihr müsst einen Anemo-Charakter mitnehmen. Solltet ihr Venti haben, ist er perfekt für diese Quest. Solltet ihr Venti nicht haben und nur zum Beispiel den Hauptcharakter, also Anemo-Charakter, dann nehmt Kaya oder irgendein anderer Eischcharakter mit, der euch eine Brücke bauen kann. Denn ihr müsst dann drüben mit Anemo-Verwirbelungen interagieren. Ja, interagieren. So, ich spring da jetzt mal rüber und ich hoffe, das klappt. Aber wie gesagt, ich habe volle Ausdauer. Ich habe alle Anemokuli und alle Geologen, ach, ihr wisst, was ich meine, alles aufgesammelt in beiden Ländern, in Mondstadt und Liyue. Ihr müsst, wenn ihr das macht, Anemokuli definitiv dabei haben, denn dadurch braucht ihr 20% weniger Ausdauer beim Gleiten. Ohne werdet ihr tot einfach nicht ankommen und untergehen, was jetzt nicht so schlimm ist, aber das macht es einfacher. Aber wie gesagt, wenn ihr Anemo-Charaktere habt, packt die einfach mit ins Team, dann ist das Ganze nochmal dreimal so einfach. Also, wenn wir angekommen sind, müsst ihr, ich kann es leider jetzt nicht zeigen, da ich diese Quest schon gemacht habe, aber ihr müsst die Uhrzeit auf 2 Uhr morgens umstellen. Dann interagiert ihr dort mit der Uhr, die dort vorhanden ist, die zeige ich euch noch. Und vorab müsst ihr auch noch einen Graben ausgraben, weil dort wird so eine Notiz sein, die euch ein bisschen erklärt, was ihr eigentlich machen müsst. Wobei es ja macht mehr Sinn, wenn ich das gleich erkläre, wenn wir da sind. Boah, verbrauche ich gerade viel Ausdauer. Ich habe es selber tatsächlich so gemacht, aber ich hatte halt Anemo-Charaktere und Venti mit am Start, was das natürlich deutlich einfacher macht, aber ich will euch ja nur zeigen, so funktioniert es auch. Das heißt, ihr braucht kein Venti oder ähnliches. Aber falls ihr es habt, macht es euch einfacher, weil dann braucht ihr auch nicht ganz so viel Ausdauer wie ich. Ich habe es maximale Ausdauer, damit funktioniert es auf jeden Fall. So, wir kommen dann gleich an und vorher runter ist ganz schlecht, weil Schwimmen verbraucht auch Ausdauer. Das heißt, ihr geht unter und seid wieder am Start. Aber wir kommen jetzt an und hier sind wir auf der unbenannten Insel. Oh, Let's Land. Jawohl, wunderbar. So, angekommen. Yay. Also, hier angekommen gibt es ein paar Sachen, die ihr machen müsst. Hier am Strand werden Kisten sein. Ich glaube, zwei bis drei Kisten sind hier verteilt. Und die solltet ihr euch alle auf jeden Fall holen. Und dann gibt es hier hinten, wie gehabt, das kann ich euch nur zeigen, aber hier hinten wird ein Felsen sein, den ihr mit den Zweihändern zerstören müsst oder mit der Nemo-Kraft und dort findet ihr dann eine Notiz. Diese Notiz weist euch darauf hin, was ihr machen müsst. Dann geht man hier hoch, geht zu dieser Uhr, die dort vorne ist und stellt die Uhrzeit einfach auf zwei Uhr morgens. Weißt ihr nicht, wie es geht? Ihr geht hier auf Zeit und dann könnt ihr hier die Zeit umstellen. Wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr da hinten in der Mitte, wo dieses, ähm, ja, Nemo-Ding ist, werdet ihr, wenn ihr euren Blick aktiviert, also euren Elementarblick, werdet ihr eine Nemo-Verwirbelung sehen. Mit denen müsst ihr mit einer Nemo-Skill interagieren. Deswegen ist Venti hier so gut, weil mit einem aufgeladenen Pfeil könnt ihr einfach den Pfeil anschießen. Und dann sind um die Insel herum sind noch drei weitere und da hinten bei dieser Säule ist auch einer im Wasser. Bedeutet, ihr müsst dann halt eine Brücke bauen mit Eis, um dann mit einem Nag-Kämpfer zum Beispiel den Nemo-Skill dort ausführen können. Da oben ist noch eine, hier zwischen wird ein Nemo-Kulus sein, den ihr euch hier schnell holen könnt. Und wenn ihr die Quest gemacht habt, Fernkämpfer ist auch nicht schlecht, wenn ihr einen dabei habt, denn es wird ein Auge des Sturms auftauchen, den ihr besiegen müsst und dann wird er ins Festland fliegen und ihr fliegt dem hinterher. Was ihr aber nicht vergessen solltet, und das ist etwas, was ich vergessen habe und weswegen ich hier auf die Insel auch nochmal musste, ist, hier ist eine luxuriöse Truhe hier unten versteckt. Und die solltet ihr euch definitiv holen, denn die geben zu meinem Gut-Erfahrungspunkte und auch einiges Cooles an Items. So, das waren auch nochmal 10 Uhr Gestein und jetzt habe ich mir sie auch endlich wieder geholt und das war's. Also, um rauszukommen, werdet ihr, wenn ihr die Quest macht, werden hier halt Luft, ja, ich nenne es ja, Luftringe sein, die euch halt rüber teleportieren bzw. rüber pushen. Ihr werdet auch hier gegen einen Runenjäger kämpfen müssen, der da hinten, weil dort ist auch so eine Verwirbelung, mit der man interagieren muss. Ich kann euch nur empfehlen, macht das hier rechtzeitig, ne, aktivierst du dich, denn luxuriöse Truhen regenerieren sich ja alle drei Wochen. Bedeutet, wenn ihr das hier früh macht, könnt ihr wahrscheinlich, wenn ihr ein bisschen höher seid, hier wieder herkommen und nochmal eine Truhe looten. In diesem Sinne soll es das rund um die unbenannte Insel gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten rein. Ich musste hier sowieso rüber wegen den Anemokulus, der eben hier ist und den man benötigt, um alle zu bekommen, weil ich mittlerweile sogar einen mehr bekommen habe. Ich wusste gar nicht, dass, ich wusste, es gibt bei den Geomokulus gibt es mehr, aber der Anemokulus, ich habe einen über, also das heißt, es gibt nicht nur 64, sondern 65 wohl. Aber nichtsdestotrotz, coole Insel zeigt, wie viel meinen Genshin Impact tatsächlich auch einfach durchs Entdecken bekommen kann. Also, wie gewohnt freue ich mich auf eure Kommentare und Meinungen und bei Fragen schreibt sie gerne unten rein und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder einen von meinen Playlisten anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht. Also, wie viel meinen Genshin Impact ist, wie viel meinen Genshin Impact ist,